ich kann hier entlang latschen was blödes ich kann aber nicht gucken was wohl liegt also ob da irgendwo noch schalter sind die ich betätigen könnten müsste worauf ich jetzt natürlich nicht geachtet habe was ich vielleicht mal was sollte ja die werde ich ruhig ist mir egal hier wieder hoch jetzt warten wir einfach mal bis das fertig ist was ich nämlich nicht geguckt habe ist ob da eine druckplatte vielleicht versteckt ist was war das jetzt das soll jetzt nicht meine intuition meine intention jetzt gehen wir doch langsam echt ideen aus und ich werde zu langsam ich werde halt das war ich schon wieder hier übrigens teleporter ist noch aus da lang und dann darüber muss ich aber nee da war nichts da falle ich jetzt runter wo bringt mich der eigentlich hin ach so der hat mich hier das secret gebracht und der bringt mich wieder an den anfang jetzt habe ich gerade das grinding von stone of stone close by gehört und jetzt über mir im osten okay ich weiß nicht ob ich den schalter jemals gefunden hatte hier ist jetzt jedenfalls wieder alles offen hier auch gucken wir mal wo uns das jetzt hinführt hier drin hat sich definitiv nichts getan also ich habe da einen schalter gedrückt und dadurch ist irgendwo in der nähe stein auf stein gewesen genau wo führen die eigentlich alle hin du mögst mich auf jeden fall wieder nach oben du auch ach komm gucken wir mal ob wir es noch da hinten schaffen nein ich bin nur erstaunt darüber wie schnell schnell das licht ausgeht feuer wieder anmachen oder ich muss hier licht ausmachen die ecke der das licht scheint wer eigentlich hier die ecke die dunkel ist ist hier damit mache ich nur die tür wieder zu und das hier bringt mich ja wieder hier hin genau habe ich was jetzt hier drin überlesen das bringt mir nichts das bringt mir auch nichts und da geht es nur wieder nach unten raus hier geht es nach oben in dem hinteren bereich in dem kann ich zwar was drücken aber das bringt mir auch nichts warum höre ich eigentlich einen teleporter ist das der raum hier hier ups war echt zu langsam aber ich habe auch keine ahnung hier geht es hoch nach da verdammt kann ich wieder runter springen in irgendwelche anderen bereich habe hier oben war soweit ich weiß auch nicht mehr also wieder nach unten wo geht es darunter ach so hier komme ich ja nicht nur hier drin ja ich vergesse das wirklich jedes mal aufs neue und bin jetzt wieder hier ja fuhr okay gehen wir nochmal hier lang und da habe ich es jetzt gerade wieder verpatzt es muss doch hier hinten was sein ja jetzt bin ich hier ja 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 okay da ist nichts gut wieder beim eingang das heißt ich mache hier jetzt mal ein save also speicher und dann sehen wir uns demnächst wieder beim weiter verzweifeln also bis dann ja 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 ja